Ich hab noch nie bei irgendeinem Survivor gesehen. Ist der... Halte bei leeren Händen die Taste für die aktive Fähigkeit. Also nur eine Aura-Wahrnehmung... Achso, das ist dieses Perk, als wenn du ne Karte, ne rote Karte in der Hand hättest. Nur, dass du keine Karte brauchst, sondern das mit dem Perk machen kannst. Hab ich aber auch noch nie benutzt. Dieses Ding. Die, die rausgekommen ist, ist ne ekelhafte Schlampe. Wieso? Die hat einfach gerissenes Fleisch beigehaben. Das hab ich auch noch nie gesehen, dieses Perk bei irgendjemandem. Ey, aber generell, die haben ja alle so ne komischen Perks bei Visionär, alter. Was hast du denn für Anfänger so weit mal gehabt? Standard, kalter Rückenschauer... Ja gut, das ist schon standardmäßig, kalter Rückenschauer. Hoffnung, alter. Ach du Scheiße. Also Hoffnung, Perks, die ich noch nie gesehen hab, wenn ich Überlebender gespielt hab. Hoffnung, so näher gerissenes Fleisch. Oh Gott. Pass auf, was hab ich jetzt gleich, ey. Ich hab bestimmt hier gleich, äh... Hart im Nehmen, geliebende Zeit. Ich hab bestimmt gleich alles hier. Seh ich jetzt schon, komm. Warum... Warum hab ich denn eigentlich zwei Totems zu stehen? Ach ja, stimmt. Ich hab ja zwei Totems mit. So... Hier ist ein Survivor. Hallo? Hallo Steve, wie geht's dir denn so? Ist da noch jemand? Nö. Na, der ist hier oben. Ne, der ist da hinten. Hallo? Ach, hart im Nehmen, was für eine Überraschung. Und da hab ich dich schon. Mit der Fähigkeit. Ach, er hat natürlich Wildpferd, was für eine Überraschung. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht gerade auslaufen. So. Erste Totem ist weg. Das war aber Vergeltung. Ach so, die versuchen jetzt den Genderhänden fertig zu kriegen. Oh, ich will hier lang. Ne, Ruin steht noch, Mädchen. Und da liegste. Oh Gott, bin ich gut mit dem Henker. Was, weil du einen gekriegt hast? Ja, der eine hängt ja sogar noch. Den haben sie noch gar nicht holt, weil sie sich zu dritt an den Gen gesetzt hatten. Okay, jetzt haben sie ihn geholt. Egal, ich habe zwei aufgehangen. Das ist doch schon mal viel wert. Hier mache ich mal eine Spur hin. Bist leicht zu überzeugen. Hallo, Steve. Oh. Kate. Ne, Steve will ich nicht. Ich habe jetzt irgendwo blind in die Luft geschlagen. Ich habe gar nicht gewusst, wo sie ist. Hast du getroffen? Ja, weil ich wieder im Feld nichts sehe. Ja, Steve. Du musst mir nicht gleich in den Weg rennen. Ach ne, dich will ich nicht. Will Steve. Das Barbecue ist lieber. Ach, das habe ich mit dem. Ich habe gar nichts mit dem. Ich habe den letzten Rotzen mit ihm. Was habe ich? Ein schlampiger Schlachter, Vergeltung, Geflüster. Was habe ich noch? Ruin und Vergeltung. Vergeltung. Vergeltung ist eigentlich ganz lustig, weil der denn die Auren, der ist so weiter. Hallo, Claudette. Wo ist die jetzt hin? Ach, da ist er. Gut, die Bodenwelle macht natürlich schon eine Menge aus. Sag mal. Oh, ich glaube Seite 6 mit dem Killer. Weiß. So, dann machen wir hier mal eine Welle hin. Ich wusste, dass jeder durchläuft. Und da liegt sie auch schon. Deswegen kann ich die Leute immer in den Bußkäfig stecken, weil ich sowieso kein Barbecue habe. Oh, so scheiße bin ich gar nicht. Sie haben nur einen Gen geschafft bis jetzt. Oh. Und es dauert natürlich eine Weile bis sie sich geheilt haben. Okay, der nächste Gen ist durch. War mir klar, dass wir da hartem nehmen. Was für eine Überraschung. Scheiße. Oh, okay, das war schlecht von mir. Aber da kommst du den wenigstens nicht mehr durch. So, jetzt habe ich dich. Ich wusste nämlich, dass du nach rechts gehst. Ach, die hat auch Wildpferd. Ach du Scheiße. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Haken. Das habe ich noch gesehen. Das habe ich noch nicht aufgehoben. Das ist eigentlich ganz cool. Du findest die Survivor relativ gut. Okay, hier ist niemand. Mal. Wer hat das Perk, dass dein Herzschlag über die ganze Map geht? Oder sehr deutlich, wie viel Dollar ist. Was der Herzschlag, wo die ganze Map geht? Naja, wo der Herzschlag schon ziemlich deutlich zu hören ist. Obwohl man diese Nähe ist. Was wird ein Doktor da eigentlich gemacht? Verstört, dass der Herzschlag höher ist. Wer hat denn das? Wir hörten das? Der Doktor. Verstört mit dem Doktor. Ich hab' ich überladen, beobachten und zuschlagen und erdrücken die Präsenz. Dann ist gehört verstört jedem. Oh. Oh, Lordet. Du bist so berechenbar. Oh, die hat kein Wildpferd. Das finde ich aber nett. Ha, ich hab's gerade bekommen. Ich rate jetzt mal, geh' ich durchs Haus. Oh, gut ausgeblich, näher. Oh, das war schlecht von mir. Ja, blende mich. Oh. Naja, kann auch spielen. Also, du bist auch, was du da tut. Deswegen jage ich die gar nicht. Deswegen jage ich die auch gar nicht erst. Weil ich genau weiß, dass die das drauf hat. Wenn es denn steht Ruin noch. Naja, ist die beste Spielerin. Deswegen lass' ich die erstmal in Ruhe. Daran hab' ich mich ja so langsam gewöhnt, sag' ich mal. Dann wirklich nur die schlechteren Spieler zu nehmen. Oh, da hab' ich Scheißbergs mit Michael. Oh, frag mich mal. Ich hab' mich mal. Ja, mit Michael Ruin auf zwei, schlammiger Schlachter, barbikier auf drei, barbikier auf eins. Oh, und siehst du die Reichweite reicht nämlich nicht aus? Warte mal, dann machen wir hier mal eine Spur hin. Und hier eine Spur hin? Ah, bringt bloß nichts, weil am Gen bringt mir das nichts. Da ist Toilette. Wenn die hängt, ist sie tot. So, die ist tot. Auch sie hat jetzt noch einen Strike. Hat sie nicht. Nur drei Gents. Gibt drei Leute. Keiner erwischt. Schade. Wie keiner erwischt? Na hier, durch die Fähigkeit. Ich dachte, ich hätte hier jemand erwischt. Da kommt die hat sich schon im Schrank versteckt, oder? Ne, ok, dann nicht. Hätte er sein können. Na gut, das war mehr. Ist mir klar, dass er den mache. Wenn ich jetzt weggehe, gibt er es noch nicht an. Ah Steve, hallo. Du bist auch beim nächsten Mal tot, das weiß ich. Ich wollte meinen Ofen anschmeißen. Dein Ofen? Mhm. Was gibt's denn heute schönes? Brötchen. Oh, schön. Und die ist auch dauernd? Küche. Küche sieht aus. Vielleicht läuft ja die Runde nicht gut, dann kann ich mir den nebenbei bekämpfen. Das ist nur noch diese Kate und näher durch. Und es ist noch ein Gen. Hier ist niemand. Oh, die Gen sind aber extrem weit auseinander. Eigentlich wollte ich heute mit Sportler anfangen. Oh, wie? Eigentlich. Oh, bin ich zu müde. Kenne ich. Oh Gott, ey. Also eigentlich ist das gar nicht schlecht, aber ich mag ihn mir trotzdem. Das Spiel. Das Spiel. Das Spiel. Erwischt. Wo ist jetzt hingerannt? Hier irgendwo. Seit wann ist denn beim Badezimmer die Tür zu, dass du die kaputt machen musst? Wo ist die hingerannt? Nein. Das ist schon eine Weile so. Ich habe Kate verloren. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ist ja super sexy. Ich höre sie auch nicht. Ich kann nur hier an dem Radius sein. Die Geflüster ist hier noch an. Wenn ich was durchs Feld sehen würde. Und da ist näher. Das ist so beschissen als übernehmen. Ja, das glaube ich gerne. Wenn du die scheiß Aufgabe machen willst. Ja, fuck. Hat sie gut gemacht. Wo ist denn jetzt hingerannt? Habe ich sie verloren. Irgendwie lässt die dauernd irgendwas zu knallen? Auf jemanden näher städtische Umgehung? Da hinten muss irgendjemand sein. Ja, ne. Ich weiß, dass du da drin bist. Ich höre dich. Ich höre dich. Blöde die blöde zu Weiber hier. Meint, ich kriege hier jemanden? Oh Gott, war das schlecht. Ach so, die hat hart im Leben. Das vergesse ich ja immer wieder. Hat er nur noch einen Generator? Oh, die hat auch wild Pferd. Leg mich doch am Arsch. Das schafft sie glaube ich sogar. Ne, doch nicht. Leider. Oh, die hat ein Glück. Die kann nicht weit sein. Ah, sie hat sich sterben lassen. So, jetzt geht das Rennen um die Luke. Aufgabe erledigt. Mir wollte ich gar nicht. Ah, sie hat auch noch Adrenalin. So, ein Ausgang ist da und ein Ausgang ist hier. So, hier ist sie noch nicht. Oh, die Ausgänge sind aber extrem weit auseinander. Ja, sie muss hier sein. Hier irgendwo muss es sein. Hier ist Geflüster an. Wo? Ach komm, weiß ich nicht. Ich gehe nicht weg, ey. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe immer eine Aufgabe geschafft. Alles andere ist unsichtig. Was hast du denn für eine Aufgabe gehabt? Ich habe viermal mit dem Wandler auf die Hochzeuge. Ach so, okay. Na ja gut, das geht ja dann doch. Okay, die ist auf jeden Fall nicht drüben auf der Seite. Die muss hier sein. Da ist sie. Oh. So, das geht ja dann doch. hast du es nicht aufgekriegt gut dann ziehe ich weg oh gott ich hasse bild fährt damit sind alle vier tod und jetzt noch fast geschafft rauszukommen gab es nur gehör gegeben dass sie geflüstert hatte erwarmungsloser keller sehr schön 32.000 das ist doch mal der schönere auch überall 8000 viermal schillernd meine fresse jetzt geht doch raus kenne ich gut so jetzt bin ich mal gespannt was die für perks hatten ob die verrückten hatten wie bei dir also die untere hatte verwandt geliehene zeit kalte rückenschau wir schaffen das wild fährt den strike geliehene zeit hartem nehmen dunkle wahrnehmung leicht gewicht wild fährt hartem nehmen geliehene zeit wild fährt hartem nehmen strike so die standard geschichten